Willkommen zurück zu einer neuen Folge Fortnite. Wir gehen direkt ins Solo. Team war noch drin von gestern wo ich mit meinem Sohn und einer Freundin gespielt habe. Heute mal mit Facecam. Ich weiß, jeder will mein hässliches Gesicht sehen. Vielleicht werde ich das öfters machen mit Facecam, vielleicht auch nicht. Mal schauen und mal gucken wie das Video ankommt. Ihr seht im Unterhemd, denn in meiner Bude ist es ekelhaft warm. Keine Ahnung warum Heizungen sind alle aus. Nichts aus dem Fenster gucke, Baustelle immer noch da. Die halten aber jetzt mal in Ruhe ein und so. Vielleicht habe ich die Möglichkeit mit ganzer Ruhe aufzunehmen. Und ja, wir warten mal ab. Und es dauert und dauert und dauert. Da trinkt man erstmal einen Schokolade. Ne, beide holen noch Sandy Lunzen. So, guck mal gleich mal wo wir hin. Flatterridatschen. Ich wäre ja wieder da für. Mal schauen wo uns der Bus hinbringt. Da fliegen sie wieder raus. Ey, weh, ihr fangt jetzt an zu bauen. Lasst mich wenigstens dir eine Folge aufnehmen. Ähhh, shit, jetzt bin ich da vorbei, oder? Ja. Flieg mal einfach hier runter. Irgendwo wird es ein Plätzchen für mich geben. Nur wo ist die Frage? Fliegen alle in den Wald? Hehehe, da fliegen wir zum Haus. Oh, ihr macht das da unten schon. So, mal schauen wie die Runde heute abläuft. Ernsthaft? Jetzt? Hat doch mal Zeit ja. Wow, ne Sniper. Hab ich mir schon immer gewünscht, zum Anfang. Nicht. Äh, hier. Haus. Oh. Ja. Ja, Level 87. Läuft. Oh, ich höre hier oben auf jeden Fall was. Und zwar eine schöne Truhe. Kacke. Die irgendwo anders im Haus ist. Ah. Ähm, ach nee, dieses Kacke wäre egal. Wir nehmen es trotzdem. Ach, das ist ne Pump. Noch besser. Das ist ja gleich schon mal noch besser. Ich hab kein Schild dran gefunden. Das ist scheiße. Boah, lasst bloß eure scheiß Baumaschine aus. Wenigstens für diese eine Runde. Ah, da unten waschen eh, ne? Da unten auch. Ich hab da noch ein Schild dran drinnen gesehen. Ja. So, da sind wir auf jeden Fall full. Was? Als Erster. Wollt ihr mich verarschen? Es sind schon so viele gestorben. Ich bin der Erste mit maximaler Condition. Ihr verarscht mich doch grad. Da. 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 Wo? Da. Und. Das ist ein braves Kerlchen gewesen. Gut, dann lassen wir den Dude da unten in Ruhe, hier waren sie halt auch schon, da unten scheint noch keiner gewesen zu sein, doch scheiße, 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 oh, ok. Ah, hinten beim Feld wird gebaut. Da hinten springt ja einer. Mist. Will der mich verarschen? Der macht sich doch gerade lustig über mich, oder? Oh, bitte was? Das ist jetzt ein Scherz, oder? Das habe ich jetzt nicht hingekriegt. Also, ich bin ja so ein Dude, ich sniper sehr, sehr gerne. Aber das jetzt, ernsthaft? Leck mich am Hinterteil! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ey. Ich bin gut. Dann kann man mal kurz ein bisschen ausrichten hier. Äh. Ja, mehr brauche ich nicht. Ah, eine Ska. Ja, nice. Da ist was zum Ufwerten. Da fehlt mir das Metall dazu. Scheiße. Ich könnte das jetzt nicht mehr verbunden sein. Ich denke, ich bin besser. Ich kann nicht mehr Zucker machen. Ich könnte das ein bisschen gut machen. Ich bin besser. ich weiß nicht was die hier gemacht haben aber ok wo wird geschossen da hinten ich bin verarschen aber wo kommt das denn ja genau 18 platz wo ist meine maus hin da nein danke ja gut ab verloren was soll ich sagen bauarbeit ergibt immer noch ruhe vielleicht nehme ich noch eine folge auf vielleicht auch nicht mal schauen auf jeden fall ist mein battle pass aufgestiegen und ja ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen wenn ja lasst einen daumen nach oben da lasst Kommentare da ich beantworte jeden und ansonsten bis zum nächsten mal mal bis zum nächsten 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 mal